Im heutigen Video gucken wir uns einmal die neue, limitierte Terminator 2 Endoskull-Edition von StudioKanal etwas genauer an, welche am 30. November 2023 erscheinen wird. Die Edition enthält die Kinofassung des Films im verbesserten deutschen 7.1-Ton auf 4K-UHD und auf Blu-ray-Disc. Die UHD enthält zusätzlich den deutschen Original-Stereoton der Kinofassung. Auf der Blu-ray-Disc befinden sich neben der Kinofassung außerdem noch die Special Edition und die Extended Special Edition. Eine 3D-Blu-ray der Kinofassung ist ebenfalls im Mediabook mit 32-seitigem Booklet enthalten. Wie man sehen kann, kommt die Skulptur sicher verpackt daher und ist auf zwei Teile aufgeteilt. Zum einen der Skull und zum anderen der Sockel oder die Base. Hier haben wir dann noch ein paar Eingriffsflächen an den Seiten, damit man das Ganze besser rausnehmen kann. Dennoch sollte man hier vorsichtig sein, denn die Base vor allem oder der Sockel, der ist richtig massiv und richtig schwer. Zusammen mit dem Skull wiegt das Rezensionsmuster, das ich bekommen habe, 3.393 Gramm. Also das ist natürlich heftig und das meiste davon macht eben diese massive Base oder der Sockel aus. Auf der Rückseite haben wir dann eine Öffnung. Darin ist das Mediabook verstaut. Wenn man das aus der Verpackung holt, man sieht, es ist noch original verpackt. Und das Mediabook sehen wir uns nachher nochmal genauer an. Und oben drüber haben wir dann die Limitierungsnummer. Limitiert ist diese Edition auf 1700 Exemplare. Und wir haben hier dann auch wieder so ein Bändel mit dabei, mit dessen Hilfe man das Mediabook leicht rausnehmen kann. Wenn das aber mal geöffnet ist, würde ich es nicht mehr hier hinten verstauen, aus Angst das Ganze zu verkratzen. Auf dem Sockel selbst befinden sich noch ein paar Totenköpfe, die leider nicht so Strukturen aufweisen, wie darunter die schwarz verbrannte Erde. Und vorne der Schriftzug, der ist leider auch nicht optimal bemalt. Unten haben wir dann noch einen Samtbezug, der verhindern soll, dass die Skulptur verrutscht, wenn man sie sich ins Regal gestellt hat. Somit kommen wir zum Kopf oder zum Skull. Der lässt sich auch ganz einfach aus dieser Schutzverpackung entnehmen. Ist ebenfalls handbemalt. Und was ich hier noch cool gefunden hätte, wäre, wenn die Augen leuchten könnten. Ganz unten haben wir dann den vorhin angesprochenen Magneten. Der geht eigentlich hier ganz easy in den Sockel rein. Hat aber in meinem Fall noch ein bisschen Spiel. Und jetzt seht ihr hier den Sockel nochmal. Und zusammen mit dem Skull oben drauf kommt man auf eine Gesamthöhe von, in meinem Fall, 28,5 Zentimeter. Dann haben wir hier noch eine Rückansicht des Endo-Skulls. Ob das bei allen Exemplaren gleich aussieht oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Bei meinem Rezensionsmuster sieht es auf jeden Fall wie folgt aus, dass man hier deutliche Strukturen oder Schweißnähte sieht. Natürlich stellt man sich die Skulptur mit dem Gesicht nach vorne oder seitlich ins Regal. Aber dennoch wollte ich euch diese Ansicht selbstverständlich nicht vorenthalten. Somit kommen wir zum Mediabook. Das ist komplett glänzend gehalten. Spiegelt und reflektiert jetzt natürlich arg das Licht der Softbox. Aber ich denke, das Motiv kann man dennoch ganz gut erkennen. Ist ja auch bekannt vom Steelbook, das zum 30-jährigen Jubiläum erscheinen sollte. Am Spine haben wir nochmal den Schriftzug drauf. Und die Rückseite ist mit diesem Zitat aus dem Film leider voll verschenkt. Das Mediabook selbst ist leider sehr dünn geraten, wie man sehen kann. Und daher am Buchrücken etwas wabbelig. Wenn wir es aufschlagen, haben wir vorne drin gleich mal die 4K-UHD-Scheibe. Und da haben wir einen verbesserten deutschen Ton zum 30-jährigen Jubiläum bekommen. Einen 7.1-Mix. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz einhaken und betonen, dass ich sowohl die Blu-ray als auch die 4K-Scheibe getestet habe, was diesen 7.1-Mix betrifft und zwar auf die fehlenden Textpassagen, die es ja leider gab bei der Steelbook-Veröffentlichung zum 30-jährigen Jubiläum. Da gab es ja einige Stellen, wo eine deutsche Übersetzung fehlte oder auch mal der O-Ton zu hören war. Meine beiden Kollegen und Freunde, der Zimi und der Efraim, die konnten mir das Ganze bestätigen. Die haben nämlich die Steelbook-Edition und da fehlen einige Passagen. Und herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an den guten Zimi und natürlich auch an den Efraim, dass sie sich die Mühe gemacht haben, da nochmal nachzugucken. Und an dieser Stelle sei eben nochmal gesagt und erwähnt, dass diese fehlenden Textpassagen und auch Wörter hier in dieser Endoskull-Edition auf den jeweiligen Disks, sowohl auf der Blu-ray-Scheibe als auch auf der 4K-UHD-Scheibe im 7.1-Mix auf Deutsch wiederzuhören sind. Aber leider hat sich das Bild nicht verbessert. Es ist immer noch sehr wachsartig. Das Ganze ist ja im Zuge dieser 3D-Umwandlung geschehen. Und James Cameron ist ja selbst eigentlich sehr begeistert von dem Bild und auch von der Farbstimmung. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass sich da zukünftig so schnell nichts ändern wird. Es sei denn vielleicht mal zum 50-jährigen Jubiläum, wenn wir das Ganze überhaupt noch mitbekommen bei dem aktuellen Weltgeschehen. Also, dann gucken wir uns einmal das Booklet selbst etwas genauer an. Wir haben zu Beginn einen Textinhalt von Chris Hewitt. Der beschäftigt sich mit der Produktion des Films, den Effekten und natürlich auch mit den Schauspielern Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton. Dann kommen wir zu einem Interview mit James Cameron. Der lässt hier auch nochmal die Produktion etwas Revue passieren. Was ich etwas schade finde, ist, dass wir immer wieder eine ganze Seite voll mit einem einzelnen Zitat haben. Das ist für mich persönlich verschenkter Platz, ähnlich wie das auch bei der Rückseite des Media Books zu finden war. Ansonsten haben wir hier qualitativ unterschiedliche Bilder. Die einen sind mal besser und schärfer, die anderen etwas weniger. Und dann kommen wir zum Abschluss des Booklets noch zu ein paar technischen Hinweisen, sowie der Ausstattung der einzelnen Disks. Das ist jetzt etwas, was man ruhig auf die Rückseite des Media Books hätte drucken können, wie das auch bei anderen Media Book-Veröffentlichungen der Fall ist, wenn man eh schon kein besonderes Bild hinten drauf druckt, genauso wie die Credits. Also die gehören hier eigentlich weniger ins Booklet. Und ich bin ein Terminator. Ja, danke schön, Arnie. Das wäre mir ansonsten gar nicht aufgefallen. Ganz hinten haben wir dann noch die 3D-Fassung des Films auf einer Extradisc. Ich war ja damals im Kino gewesen, als der Film nochmal neu konvertiert in 3D ins Kino kam, war da aber nicht so begeistert davon, habe aber gehört, dass der Film im Heimkino in 3D richtig gut aussehen soll. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Blu-ray-Disc mit der Kinofassung, sowie den beiden erweiterten Filmfassungen und den ganzen Extras. Also meine lieben Filmfreunde, das soll es gewesen sein mit meiner Präsentation zur Endo-Skull-Edition von Terminator 2. Ich hoffe, ihr konntet hier einen guten Einblick gewinnen, was euch bei dieser Edition erwartet. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.